Hallo und herzlich willkommen hier bei Curved. Ich bin hier auf der IFA bei Sharp Zoo besucht und habe mir das Arcos D10 geschnappt. Was dieses Smartphone, das jetzt nach Deutschland kommen kann, das schauen wir uns zusammen an. Die Rückseite des Arcos D10 besteht aus Gorilla Glass. Das reflektiert und glänzt hier so ein bisschen. Ich habe es jetzt gerade frisch gepusht. Dann sieht man die Fingerabdrücke auch nicht so, die schnell darauf landen. Ansonsten auch drückt dann natürlich sofort zu erkennen der Fingerabdrücke und die Dual-Kamera mit einer Auflösung von 12 und 13 Megapixeln, die ein Bouquet-Effekt und ein Zoom bietet, also dass man näher ans Motiv herankommt. Hier auf der Vorderseite haben wir quasi, wie ich finde, das Highlight von dem D10 von Sharp. Das Display, das ist 5,99 Zoll groß, hat eine Auflösung von 2160x1080 Pixeln. Oben die Notch als Aussparung für die Frontkamera und das Besondere ist, es ist ein Sharp-eigenes Display. Also Sharp stellt seine eigenen Displays her, ja schon lange für Fernseher, jetzt auch für Smartphones und hat da halt die eigenen Technologien, kann damit rumspielen und schafft es so, dass dieses LCD-Display doch wirklich sehr intensive Farben hat. Und ich finde, sehr nah von der Intensität ein AMOLED-Displays herankommt. Also das ist wirklich schön anzusehen. Drinnen steckt grob gesagt Mittelklasse-Hardware. Da ist der Snapdragon 630 verbaut. Der ist der Mittelklasse-Chip, das vom letzten Jahr oder sollte in den meisten Felgen nur Power haben. Aber da geht noch ein bisschen was. Das Sharp Arcos D10 soll ab sofort in Deutschland erhältlich sein. Die unverbindliche Preis-Empfehlung liegt bei 399 Euro. Und dafür bekommt ihr so, zumindest mein erster Eindruck, ein solides, ordentliches Mittelklasse-Smartphone, das vor allem mit einem echt schicken Display punkten kann. Und preislich geht das völlig in Ordnung. Es gibt ein paar Geräte, die ein bisschen teurer sind, die dann doch noch ein bisschen mehr bieten. Aber hier macht man eigentlich wenig falsch. Damit könnte Sharp in Deutschland erfolgreich in den Markt starten. Wenn ihr Fragen habt hier zu dem D10, dann ab in die Kommentare damit. Und ansonsten sehen wir uns hier bald wieder bei Kraft. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!